Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Comic Live schnell und einfach Comics, Bildergeschichten, bebilderte Anleitungen und vieles mehr erstellen kannst. Wenn wir Comic Live öffnen, sehen wir zunächst diesen leeren Screen und können mit dem Plus links oben eine neue Datei, ein neues Comic erstellen. Ich kann auch Comics öffnen, die in verschiedenen Cloud-Ordnern liegen, aber in diesem Fall möchte ich einfach ein neues Comic erstellen. Nun sehe ich eine Reihe von Vorlagen, die verschiedene Schriftarten und Designs kombinieren und ich nehme jetzt zum Beispiel einfach mal diese hier, tippe sie einmal an und dann kriege ich die erste Seite meines Comics erstellt und kann jetzt hier mit der Gestaltung beginnen. Jedes Element kann ich durch einmaliges Antippen auswählen und kann es dann mit dem Finger anfassen, halten und dann zum Beispiel bewegen oder wenn ich es in der Ecke anfasse, kann ich seine Größe ändern oder auch wenn ich es doppelt tippe, danach den Inhalt bearbeiten. Um eine Bearbeitung zu beenden, klicke ich einfach irgendwo ins Leere. Jetzt ist das zum Beispiel etwas zu groß, ich tippe es also einmal an, packe es in der Ecke, ziehe es etwas kleiner und kann es dann an die richtige Stelle setzen. Genauso geht das mit diesen Kästen. Ich tippe in den Kasten einmal an und nun kann ich ihn zum Beispiel verschieben. Ich kriege dann hier auch solche Hilfslinien, die mir zeigen, wenn ein Kasten mit einem anderen in der Flucht ist zum Beispiel oder wann er genau mittig ausgerichtet ist. So ist also die Gestaltung einer Seite sehr einfach. Wenn ich nun einen Kasten ein zweites Mal antippe, kriege ich dieses kleine Pop-Up-Menü. Ich kann also ausschneiden, kopieren, ich kann ihn auch löschen und die Form ändern. Zum Form ändern kommen wir später noch. Nun möchte ich aber einfach mal ein Foto hinzufügen, denn darum geht es ja unter anderem in den Comics. Ich tippe also hier in der Mitte auf dieses Fotosymbol und kann nun auswählen, Kamera, das heißt direkt jetzt ein Foto zu machen, die Fotobibliothek des iPads zu verwenden oder im Internet, im Web nach Bildern zu suchen. Ich benutze jetzt mal die Fotobibliothek, bekomme dann hier also einen kleinen Auswahlbildschirm und benutze jetzt hier mal ein Foto, was ich auf dem iPad gespeichert habe. das nun eingefügt wird. Man sieht, das Foto ist größer als der Rahmen. Das erkennt man an diesen Anfassern, die über den Rahmen hinausragen. Und in diesem Zustand kann ich das Bild jetzt also hier im Rahmen verschieben und der Rahmen wird später wie ein Fenster wirken und nur die Teile zeigen, die im Rahmen sind. Die anderen werden nicht sichtbar sein. Ich kann das Bild hier auch noch vergrößern und so genau den passenden Abschnitt, Ausschnitt wählen. Wenn ich mit der Bearbeitung fertig bin, klicke ich wieder irgendwo ins Leere und nun sehe ich also, dass nur der Bildausschnitt sichtbar ist, den ich im Rahmen habe. Nun muss man verstehen, wie die Bildauswahl und die Rahmenauswahl in Comic Live funktionieren. Einmaliges Antippen, wie gesagt, wählt den Rahmen und all seinen Inhalt, also sowohl das Bild als auch den Rahmen als auch den Kasten hier oben. Ein zweites Mal antippen, einfach antippen, bringt mir dieses Pop-Up-Menü, mit dem ich ausschneiden und kopieren kann. Ich kann den Rahmen löschen. So, nun ist er weg. Wenn ich das wieder rufen möchte, klicke ich auf Wiederrufen, dann ist er wieder da. Oder ich kann jetzt eben auch die Form ändern. Dann ändert sich die Farbe der Anfassung und der Kasten kann nun also eine andere geometrische Form annehmen, wie ich das eben auswählen möchte. Ich mache ihn nun mal ein kleines bisschen unregelmäßig. Wiederum klicke ich ins Leere, um die Bearbeitung zu beenden. Nun gibt es noch eine dritte Form der Bearbeitung. Wieder einmaliges Antippen zum Auswählen und jetzt ein Doppeltipp. Und nun bekomme ich den Inhalt des Rahmens in die Bearbeitung. Ich kann nun also wieder das Bild in seiner Gänze verschieben, seine Größe ändern, so wie das direkt nach dem Einfügen des Bildes der Fall war. Nochmal zur Wiederholung. Einmaliges Antippen wählt den Rahmen mit all seinen Elementen aus. Weiteres Antippen bringt mir das kleine schwarze Menü mit verschiedenen Funktionen, zum Beispiel Form ändern. Und Doppeltippen bringt mir den Inhalt des Rahmens, also in diesem Fall das Bild. Nun füge ich mal ein zweites Bild hinzu und suche im Internet danach. Ich gehe also auf Web Images. In diesem Fall wird mir Flickr eine Fotoplattform angeboten. Und ich habe jetzt hier schon mal den Suchbegriff Blume eingegeben. Ich tippe also auf dieses Bild. Und Comic Live fügt es mir direkt ein. Es fügt zwei weitere Informationen ein, die unter Umständen nötig sind, um dieses Bild lizenzkonform zu verwenden. Nämlich den Titel des Bildes oben und den Autor und unten die Lizenz mit einer URL, sodass, wenn ich diesen Comic veröffentliche, ich rechtlich abgesichert bin, denn diese Lizenzangaben sind nötig, um das Bild korrekt zu verwenden. Das hat Comic Live also jetzt schon von alleine eingefügt. Ich kann also hier auch wieder den Ausschnitt wählen, wie ich das möchte. Tippe wieder ins Leere, um die Bearbeitung zu beenden. Wenn ich diesen Rahmen etwas kleiner haben will, tippe ich ihn einfach an, fasse ihn in der Ecke an, kann ihn jetzt verschieben. Nun sehe ich, dass hier oben ein kleines Plus erschienen ist. Das liegt daran, dass der Text nun nicht mehr in den kleineren Kasten passt. War also vielleicht doch nicht so eine gute Idee, den Kasten kleiner zu machen. Mache ich ihn wieder größer. Nun möchte ich diesem kleinen Wesen hier links oben vielleicht eine Sprechblase geben. Ich nehme auch hier unten aus diesen Sprechblasen eine mit dem Finger, behalte den Finger auf dem Bildschirm und lasse die Sprechblase los. Nun achten Sie aber bitte einmal auf die Kästen, denn wenn dieser Kasten diesen orangenen Rand kriegt, dann hat er sich diese Sprechblase eingefangen. Wenn ich sie jetzt loslasse, kann ich zunächst mal den Inhalt ändern. Ich schreibe also Hallo, blende das wieder aus und kann jetzt auch wieder mit den Anfassern verschiedene Dinge ändern. Der grüne Anfasser lässt mich zum Beispiel hier den Startpunkt der Sprechblasenspitze ändern. Hier kann ich die Krümmung ändern. Mit den blauen Anfassern kann ich die Größe ändern und so weiter. Ich tippe wieder ins Leere, um zu beenden. Und wenn ich jetzt den Kasten auswähle, gehört diese Sprechblase mit dazu. Das liegt daran, dass der Kasten vorher orange geworden ist und somit diese Sprechblase eingefangen hat. Wenn ich sie woanders hinhaben will, tippe ich sie einmal an, tippe sie erneut an und halte sie. Und jetzt sieht man, wenn ich über den anderen Kasten fahre, dass dieser orange wird. Das heißt, dann fängt sich der andere Kasten diese Sprechblase ein. Nun gehört die Sprechblase zu diesem Kasten und wird mit diesem bewegt. Ich möchte es aber wieder zurück haben. Die Raupe soll sprechen. Und nun gehört er hier dazu. Wenn ich nun verschiedene Eigenschaften eines Bildes ändern möchte, dann wähle ich es zunächst aus, also zunächst den Kasten, dann ein Doppeltipp, um das Bild auszuwählen. Und nun habe ich hier oben einen Pinsel, mit dem ich verschiedene Eigenschaften von jedem Element einstellen kann. In diesem Fall zum Beispiel den Stil. Da sieht man, ist den ganz normaler ausgewählt. Und ich kann hier auf Bild gehen. Und nun kriege ich ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kolorieren in Wert. Also ich kann die Kolorierung umdrehen, dann kriege ich ein Negativbild. Oder ich kann kolorieren, also so einen Farbfilter drüberlegen. Oder ich kann verschiedene Kunstfilter auswählen, hier mit Filter. Zum Beispiel, dass das Ganze aussieht wie eine Holzstiftzeichnung oder wie ein Wasserfarbenbild oder wie ein Schwarz-Weiß-Bild. Das sind also verschiedene Filter, die ich auf dieses Bild legen kann. Und die ich dann eben hier mit diesem Pinsel hier oben, komme ich in dieses Menü, wo ich diese verschiedenen Dinge einstellen kann. Auch zum Beispiel Helligkeit, Kontrast, Sättigung und so weiter. Da kann man einfach ein bisschen rumspielen, um auszuprobieren, wie das funktioniert. Ich habe nun eine Einstellung vorgenommen, mit der Sie erkennen können, dass die Sprechblase plötzlich halb hinter dem rechten Kasten verschwindet. Das habe ich gemacht, um Ihnen zu zeigen, dass jedes Comic auch eine Z-Achse hat, sozusagen. Also einen vertikalen Stapel, der sozusagen auf dem Desktop liegt, den Sie anschauen. Wenn ich diese Sprechblase antippe und auf den Pinsel gehe, kriege ich hier oben den Menüpunkt Anordnen. Und hier kann ich das kontrollieren. Ich kann also diese Sprechblase jetzt nach vorne holen, dass sie über dem Kasten liegt, oder ich kann sie nach hinten schieben, damit sie hinter dem Kasten liegt. Bei dieser Sprechblase ist das nun natürlich nicht so besonders sinnvoll, aber manchmal möchte man eben kontrollieren, welches Element ein anderes verdecken soll. Und das kann ich hier mitmachen. Ich tippe wieder ins Leere, um die Bearbeitung zu beenden. Oftmals möchte ich sicherlich ein Comic mit mehreren Seiten erstellen. In diesem Fall klicke ich hier oben auf das Seitensymbol und kann nun einfach leere Seiten hinzufügen. Wenn ich einfach hier auf dieses Plus tippe, bekomme ich eine leere Seite, kann dann zum Beispiel auf Vorlage gehen und eine dieser Vorlagen auswählen durch einfachen Tipp. Dann wird mein Comic mit den entsprechenden Kästen gefüllt. Wenn ich wieder auf dieses Symbol klicke und auf Comic, dann sehe ich, dass ich jetzt zum einen diese komplett leere Seite eingefügt habe und als ich auf Vorlage geklickt habe, ist eine weitere Seite eingefügt worden mit der entsprechenden Anordnung. Diese leere Seite möchte ich nun also eigentlich gar nicht haben. Ich tippe sie einmal an, dann ist sie ausgewählt und ich sehe sie. Und wenn ich sie erneut antippe, kriege ich dieses Pop-up-Menü und kann löschen tippen, um sie loszuwerden. Wenn ich keine Vorlage haben möchte, in der bereits einzelne Textelemente drin sind, dann kann ich auch Layout auswählen und dann nur eine reine Kastenanordnung wählen. Wenn ich das tue, wird jedes Mal eine neue Seite eingefügt. Das erkenne ich, indem ich hier oben auf dieses Seiten-Symbol klicke und dann auf Comic und nun sehe ich all die Seiten, die eingefügt wurden. Das sind wir jetzt also wieder zu viele. Ich klicke also wieder eine an und ich klicke sie erneut an, um auf Löschen zu gehen und so habe ich sie dann wieder gelöscht. Somit habe ich also durch relativ einfache Werkzeuge eine Möglichkeit, sehr schöne Comics zu erstellen. Ich kann das verwenden, um eben wirklich im klassischen Sinne Comics zu machen. Ich kann aber auch Bildergeschichten anderer Art machen. Ich kann das verwenden, um bebilderte Anleitungen für irgendwas zu machen oder um Schritt für Schritt irgendeinen Vorgang zu erklären, bei dem ich Bilder und Sprechblasen einsetze, um das Ganze deutlich zu machen. Es sind sehr viele Anwendungsmöglichkeiten vorhanden. Grundsätzlich funktioniert es immer so, dass ich ein Element auswähle und dann etwas damit mache. Entweder indem ich es vergrößere oder etwas hinzufüge oder indem ich hier mit dem Pinsel-Symbol seine visuelle Darstellung verändere und hier verschiedene Optionen habe, je nachdem, was ich ausgewählt habe. Wenn ich auf meine Comics klicke, dann komme ich zurück zur Übersicht. In diesem Fall habe ich jetzt nur ein Comic. Wenn ich weitere erstellt hätte, würde auf dieser Seite jedes dieser Comics erscheinen und ich kann dann diese auswählen, um sie zu bearbeiten. Am Ende eines Comics oder am Ende des Vorgangs des Erstellens ist noch wichtig, dass dieses Comic ja zunächst mal jetzt nur auf diesem iPad gespeichert ist und ich möchte es ja in der Regel weitergeben. Ich tippe es also einfach an und nun bekomme ich verschiedene Möglichkeiten. Von rechts gibt es den Papierkorb. Ich kann es also löschen. Der Stift lässt es mich bearbeiten. Dieses Zwei-Seiten-Symbol lässt mich diesen Comic verdoppeln, dass ich also einfach das gleiche Comic noch ein zweites Mal habe, zum Beispiel, weil ich kleine Veränderungen durchführen möchte. Oder ich möchte jetzt hier ganz links diesen Comic weitergeben. Klicke ich also da drauf und kann sagen, entweder send a copy, open another app oder drucken. Man sieht schon hier, die App ist nicht komplett übersetzt, so wie es scheint. Ich möchte also eine Kopie jemandem schicken und kann jetzt auswählen, ob ich Comic Live als Dateiformat möchte. Das ist also dann gut, wenn die Zielperson, die den Comic bekommen soll, auch Comic Live hat und diesen Comic bearbeiten möchte. PDF heißt, das Comic wird unveränderbar weitergegeben. Man kann es also nur anschauen, mit jedem Programm das PDFs anzeigen kann. Das ist also praktisch jeder Computer und jedes Handy. JPEG würde eine Bilddatei daraus erzeugen, beziehungsweise eine Datei aus jeder Seite. EPUB ist ein E-Book-Format, das nur für E-Book-Reader geeignet ist. In der Regel wird PDF das sinnvollste Format sein, weil ich dann einen mehrseitigen Comic praktisch auf jedem anderen Gerät anschauen kann. Ich wähle also PDF, dann wird dieses PDF erzeugt. Und jetzt heißt es hier Choose How to Send. Ich wähle also aus, wie ich es weitergeben möchte. Das war ein bisschen schnell. Choose How to Send. Und nun kann ich eben auswählen, was ich in einem normalen Teilmenü habe. Ich kann es per E-Mail schicken. Ich kann es an irgendeine App schicken, die ich installiert habe. Ich kann es hier zum Beispiel in ein Programm kopieren, was es mir in Dropbox verfügbar macht. Ich kann es hier in iCloud Drive kopieren. Also im Grunde werden hier alle Cloud-Apps und anderen Dienste auftauchen, die auf dem jeweiligen iPad installiert sind. In der Regel wird es also sinnvoll und nötig sein, einen Cloud-Dienst zu installieren oder einen E-Mail-Account auf dem iPad einzurichten, damit ich die Ergebnisse später an andere weitergeben kann. Denn sonst sind sie ja nur auf diesem einen iPad. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt. Wenn du auch in Zukunft meine Videos nicht verpassen möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.